Hallihallo, Mr. Blue ist immer froh. Viel Spaß bei der Folge 5 der Ausbruch. Nicole, wir sollten einkaufen gehen, damit wir einmal mehr als nur Toastbrot zu Hause haben. Papa, ich mag mit Mama und Sophia einkaufen fahren. Das wäre auch eine Idee. Passt das für dich, Nicole? Ja, sicher. Während du arbeiten gehst, werden wir uns um den Einkauf kümmern. Huch, was war denn das für ein lauter Knall? Oje, das klang nicht gut. Da dürfte wohl etwas passiert sein. Zuerst die Explosion, dann die Sirene und jetzt auch noch das Feuerwehrsignal. Mama, ich habe Angst. Brauchst du nicht, Johannes? Ich bin ja da. Ernst, am besten gehst du gleich zur Polizei rüber und schaust, ob sie Hilfe brauchen. Gute Idee. Ich laufe gleich los. Passt auf euch auf. Tut mir leid, Sophia. Vor lauter Schreck habe ich deinen Fußball rausgeschubst. Komm mal her, meine Kleine. Perfekte Landung. Oh nein, das Gefängnis brennt. Jetzt aber schnell dahin. Run. Das ist so furchtbar. Ich hoffe, sie finden ihn. Hallo, Polizeichef. Oh, Ernst. Gut, dass du da bist. Es ist so furchtbar. Der Clown ist ausgebrochen. Eine Gruppe von Räubern hat die Gefängniswand gesprengt und danach sind sie mit dem Hubschrauber geflüchtet. Ich habe alle Einheiten zur Suche eingeteilt. Hoffentlich finden sie ihn. Wurde zumindest niemand verletzt? Nein, Gott sei Dank nicht. So, wir sind fertig hier. Wir fahren dann mal wieder. Ich glaube, die zwei hören dem Feuerwehrchef gar nicht zu. Äh, stimmt. Der nächste Einsatz kommt. Officer Tina und Polizeichef, bitte kommen. Ja, Tina, ich höre. Ich bräuchte Unterstützung in der blauen Straße. Ernst? Tina sagt, sie braucht Hilfe. Könntest du dich umziehen und zu ihr fahren? Ja, sicher. Wo finde ich denn meine Dienstkleidung? Geh bei der Eingangstür rein und dann ganz hinten rechts die letzte Tür. Officer Illy ist bereit für die Verbrecherjagd. Das ging ja schnell. Hier, das Fahrzeug gehört dir. Gut, ich mache mich dann gleich auf den Weg. Und ich halte hier derweil die Stellung. Mama, sollen wir dann eigentlich noch eine Einkaufsliste schreiben? Normalerweise schreibe ich schon gern eine. Aber ich glaube, heute kaufen wir mal nach Lust und Laune ein. Oh, das klingt gut. Ich finde sicher ganz viele leckere Sachen. Ja, lassen wir uns überraschen. Wir sollten auf jeden Fall auch ein bisschen Obst besorgen. Hm, ja, wenn es denn sein muss. Apfel esse ich gerne. Dann holen wir mal unsere Kiste zum Einkaufen. Warte Mama, ich helfe dir. Hau ruck und los geht's. Danke Johannes, das ist lieb von dir. Dann müssen wir jetzt nur noch auf den Bus warten. Ja, endlich wieder Bus fahren. Oh, schau, da kommt der Bus schon. Schau Johannes, das ist einer der Supermärkte hier in Blue City. Aber der ist gar nicht blau, Mama. Ja, zur Abwechslung mal nicht. Na, ich bin schon gespannt. Oh, warte Johannes, da möchte jemand raus. Dankeschön. So, jetzt können wir reingehen. Mama, da steht eine Chili hinter der Kasse. Ja, stimmt, das ist die Verkäuferin. Oh, Mama, ich sehe so viele leckere Sachen. Ja, hier werden wir sicher fündig. Ah, Mama, da ist Kuchen. Oh, ich mag Kuchen. Du kannst dir gerne eine süße Speise aussuchen, Johannes. Danke, Mami. Hm, was nehme ich bloß? Das schaut alles so gut aus. Mama, hier gibt es auch Croissants. Sollen wir eines für Sophia nehmen? Lieb, dass du an sie denkst, Johannes. Aber ich glaube vorerst nicht. Okay, gut. Ich nehme den Kuchen mit dieser Creme. Ich lege ihn mal in unsere Einkaufskiste. Das ist eine gute Idee, Johannes. Danke. So, und jetzt ganz langsam rein. Schau, Mama, die haben hier auch Sprudelwasser. Sollen wir das nehmen? Papa würde sich sicher auch über Sprudelwasser freuen. Ja, Wasser zum Trinken können wir wirklich gebrauchen. Eine gute Idee, Johannes. Okay, dann vorsichtig rein damit in die Kiste. Nicht, dass sonst noch mein Kuchen mit der Creme kaputt geht. Schauen wir mal, was es noch gibt, Johannes. Die Auswahl hier ist wirklich groß. Oh, schau mal, Mama, da. Die haben hier Pizza. Können wir bitte auch Pizza kaufen? Das ist eine schöne Banane. Hm, schon wieder Pizza. Na, von mir aus. Nehmen Sie mit, Johannes. Kreios, du Gott. Wir nehmen noch diese Banane, bitte. Das macht dann einen Euro, bitte. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, ich gebe die Pizza auch noch in unsere Kiste. Mh, da haben wir jetzt schon ein paar leckere Dinge zusammen. Ja, und die Kiste ist schon ganz schön voll. Da wird Ernst wohl das Obst besorgen müssen. Upsi, ich brauche ja noch ein bisschen Geld. Ab zum Bankomaten. Schau mal, Mama, hier gibt es sogar Händel. Das, was Papa letztens am Spielplatz gegessen hat. Oh, darüber würde er sich bestimmt freuen. Komm, das nehmen wir ihm mit. Ist eingepackt. So, ich glaube, wir haben alles. Wir würden dann gerne zahlen, bitte. Das macht dann 10,50 Euro, bitte. Hier, bitteschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Chili-Frau. Ja, grüß Gott, Herr Bürgermeister. Oh, wen haben wir denn da? Die liebe Familie Illy. Ja, genau, die sind wir. Wir wollten Sie eh noch fragen, ob wir noch länger am Campingparkplatz bleiben dürfen. Ja, sicher doch. Am besten, wir treffen uns einfach im Rathaus und besprechen alles Weitere. Vielen Dank. Dann rufe ich noch wegen einem Termin an. Jetzt müssen wir eh schon weiter, denn der Bus kommt gleich. Baba, Herr Bürgermeister. Sie haben ihn noch immer nicht gefunden. Oh, was war das? Ah, du bist es. Ich vermute, du hast bereits davon gehört. Der Clown ist ausgebrochen. Wir brauchen dringend deine Hilfe. Bitte finde ihn. Er muss wieder hinter Gitter. Ich kümmere mich darum. Super. Und ich sorge für den Schutz der Stadtbewohner. Schade, dass du nicht bei der Polizei arbeiten möchtest. Du wärst sicher ein guter Polizist. Du hättest ein tolles Polizeiauto mit Sirene. Damit kannst du sogar über rote Ampeln im Einsatz fahren. Oh, er ist schon wieder weg. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich bin blau. Der Abo-Button ist rot. Ihr könnt gerne draufklicken, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Tschüss. Schallüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü